Wotan Wilke Möhring heißt nicht und bin hier, weil ich dem Bösewicht des neuen Black Ops 2 sprechen darf, Raul Menendez. Also die ganz klassische Anfrage war das über die Agentur, da wird man gefragt, hast du Lust und hast du sowas schon mal gemacht? Und Lust hatte ich, gemacht habe ich sowas noch nicht und dann ist es eben auch ein Spiel, was man kennt. Was also das Spiel ist, was eben unter uns das Lieblingsspiel meiner Brüder ist und da dachte ich, wenn die das nächste Mal an die Station gehen, dann werden sie dann meine Stimme hören. Deswegen hat mich das natürlich nochmal doppelt motiviert, aber ganz klassische Anfrage und eine ganz klassische Zusammenarbeit. Test, 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 kann losgehen. Dein Leben wird ein einziger großer Verlust sein. Dann und nur dann wirst du verstehen, was du mir angetan hast. Verstehst du warum? Perfekt, genau drauf, den nehmen wir. Also es ist mein erstes Mal, dass ich ein Videospiel spreche und es macht aber einen heilen Spaß und es ist insofern anders, weil du eben nicht nur Szenen hast, wo du emotional reinkommst, sondern du bist an eine virtuelle Welt geworfen, die einfach vom Setup schon völlig anders ist als jeder Film, den du drehst. Und hier speziell haben wir natürlich noch die Vorgabe der amerikanischen Stimme, das heißt, die man so ein bisschen erfüllen muss, aber es muss für einen selber auch stimmen. Und das ist eben eine ganz andere Baustelle und macht einfach wirklich Spaß. Wer hat mich verraten? Bitte, kommt zu mir. 2S, David, Cordis, Nier! Entscheide dich, oder ihr sterbt alle. The meeting on June 17 will resolve any remaining barriers to our success. Ich bin im einen Schritt voraus! Also die Unterschiede sind da, dass du so jetzt auch in dem Entwicklungsstand der Geschichte, der Technik, des Spiels, wie es jetzt war, eben kein Bildmaterial hast. Das heißt, du bist ganz angewiesen auf dem, was dir an Informationen über den Charakter mitgeteilt wird vom Regisseur oder eben der Sprecherrolle, der Figur, die im Englischen gesprochen wird, im Original. Und was, er legt sie an, was meint er damit? Ähm, der hat Handschellen für seinen Gegenüber, schmeißt sie dem hin und sagt, leg sie an. Das ist das Einzige, was ich an Charakterinformationen erfahre. So, normalerweise gehe ich an ein Drehbuch an, ich, was ist das für ein Charakter und daraus ziehe ich die Motivation. Warum sagt er was, in welcher Situation befindet er sich gerade? Und das ist ja hier noch abstrakter, das heißt, wir springen von einem, von einer Episode in die andere, von einem Szenario ins andere und dann ist die Motivation immer wieder, was macht er jetzt gerade, wo ist er? Weil ich sehe nicht, wo er ist. Jemand hat verraten, dass ich hier bin. Wer war es? Stellen Sie sicher, dass alle Daten der Drohne vor unserem Gespräch verfügbar sind. Viel entspannter. Wir haben kein Bildmaterial gehabt, deswegen war die Anweisung vom Regisseur sehr wichtig. Und es ist eben, ja, noch abstrakter, das heißt, du arbeitest auch nur mit der Stimme, das heißt zum Beispiel Pathos ist ein ganz wichtiges Element für diese Figur gewesen, weil es eben auch, weil wenn du nur deine Stimme leihen kannst, musst du alles, was du sonst vom Spiel, Mimik, Gestik, in die Stimme legen. Das heißt, du erzählst diese Figur nur mit der Stimme und das ist generell der Unterschied von Synchron oder von Sprecher zum Spiel, zum Darsteller, dass sie das einzige Mittel bleibt. Aber das ist eben auch die Herausforderung und da kannst du Sachen machen mit der Stimme, die du im normalen Darstellerbereich gar nicht machen kannst, weil das ulkig klingen würde. Halt euch, ich komme! Und die nächste Ecke und alles diese, das treibt es ja fast auf die Spitze. Und das ist beim normalen Krimi, beim Thriller fast ähnlich, dass du in der Anspannung bleibst und du weißt, gleich passiert was und bist trotzdem überrascht, wenn es passiert. Und das ist, glaube ich, das, was, und natürlich auch, wie geht die Geschichte aus? Das gilt sowohl für ein Videospiel als eben auch für ein Krimi, ist das schon die große Spannung, wie geht die Geschichte aus? Die Menschen in Amerika vergöttern ihn. Morgen wachen sie auf und erkennen, dass ihr Held sie vernichtet hat. Also, wenn es rauskommt, würde ich es auf jeden Fall spielen, natürlich. Jetzt ist Schloss! Jetzt!